Tja, da oben ist also der Weg wahrscheinlich um was zu bekommen, mehr Zeug? Hä? Wo sind denn die Backsteine? Ich suche mal Backsteine. Die haben ordentlich Gewicht, aber ich fürchte da ist nix. Hey, wo ist denn der Kühlschrank? Ist doch ein Lambda. Lambda wäre cool. Ne, Lambda glaube ich nicht. Ach, 3 Munition, schade. Kiste? So, ich glaube, das hebt das Ding ganz gut an, wenn ich das runterkriege. Ach, das ist kein Kühlschrank, das ist ein Trockner. Aha. Oh, das nennt man Gewicht. Da geht die Reise weiter. Ja, hier geht's nicht lang. Ne. Hey, du bist Freeman, oder? Ja. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht selbst sehen würde. Dr. Gordon Freeman höchstselst. Moin Moin, was geht? Das ist das Timing, Doc. Wir müssen hier weg, bevor die Kombine uns erpassen. Wir sind schon beinahe von hier weg. Los, Vereilung. Wir müssen die Zelte abbrechen und schnellstens weg. Grüße an Dr. Freeman. Hi. Komm nur rein, ich zeig dir was, ob die zukommt. Bisschen Strom wäre nicht schlecht. Ich nehm mal euer Zeug, ne? Da, schau dir das an. Ja? Das hier ist der Damm, ist nicht weit von hier. Eli ist hier versteckt, direkt am Perimeter, mitten im alten Wasserkraftwerk. Aber wenn der Jagdschrauber an dir dranhängt, kommt man da praktisch nicht hin. Die gute Nachricht. Der Votegon bringt das Luftboot gerade auf Vordermann. Danach hat es noch mehr Feuerkraft. Ich glaube, er wird gerade fertig. Raus jetzt. Wie noch mehr? Mehr ist gut. Ah. Vorher hat es ja null Feuerkraft gehabt. Jetzt plus eins. Ja, autorisiertes Personal nur. Bitte sehr. Diese Waffe war auch mal in so einem Jagdschrauber montiert. Ah. Ist fast sowas wie Ironie des Schicksals, oder? Cool. Hol den Schrauber runter und es sollte möglich sein, Eli zu erreichen. Dr. Freeman, nehme diese Waffe. Oder er nimmt Schaden auf den Weg. Nehme ich gerne. Für Freiheit! Mach sie fertig, Doc. Aber loko. Wir können schießen. Äh. Get the airport mounted gun. Also krieg diese Kanone. Ja, ha, ha, ha. Jetzt mimi tauchen. So. Los geht's. Mit mehr Feuerkraft. Richtig ne geile Sache. Wenn ich wüsste, wie man fährt. Ja, die Stellung ist manchmal echt. Steuern des Mondboots her ist ein bisschen blöd. So, was haben wir denn hier? Oh, Supply ist cool. Vielen Dank. Ich seh's doch von hier. Ich muss sicher reichen von hier aus nicht. Die Strömung ist zu lang. Ab in die radiktive Suppe, Suppe, Suppe. Halt, wie fahren, ne? Ist das nicht mehr feierlich. Vor allem, da unten steht Wasser spritzt. Das ist noch nicht mal Wasser. Du gut. Ja, verdammt. Oh, ne, 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 ne. Er ist ja schön fallen. Ah, unsere Bank. Ah, unsere Bank. Was haben wir denn hier? Ich steig nicht mehr aus. Könnt ihr vergessen. Äh. Komm mal, ne Menge Kopfkappen raus. Ich glaub, das war mal. Nehm doch die Leiter. Ah, so ein Außenposten. Ja, auf jeden Fall ist es hier für unser Archivment. Uiuiui. Was glockt denn da? Ich hab Angst, dass da noch was ist. Aber ich hab nicht mehr so viele Granaten. Schade. Gut. Rückertsgang. Du, 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 du. Hey, da wird's gehalterter Talent. Moment. Ja. Voll mitgenommen. Boah. Bannik wird's in der Tee versteckt. Fies. Richtig fies. So, äh... Jo, geht. Ich weiß überall die Verstecker. Vor allem muss ich auch wissen, wo die sind. Gut, hier passt er schon. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Hier muss ich schnell sein. Scheiße. Verkackt. Ja, wir haben uns gegenseitig ausgelöscht. Das ist auch gut. Verdammt. Hoch. Na, verdammt. Hallo? Der wird auch getroffen. Ey, das ist fies. Der nimmt sie nicht. Seht ihr? Das ist auch Hühnerkacke. Aber funktioniert das nicht? Okay. Gewalt. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Ah, wir sind also auch noch Cheater und schießen durch das eigene Modell. Äh... Ich hasse Cheaten da, oder? Die machen so einen Schaden, ey. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Äh... Äh... 19 HP... Das ist... Warte mal, ich habe Leben vergessen. Das ist toll. 44. Ich gucke nochmal zurück. Ey, ich brauche jeden 14 Leben hier. Ne, da ist nichts mehr. Ist echt so ein Geben und Nehmen hier. Verdammt. Hoch. Du 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 du. Ich weiß wo ich bin. Da mache ich aber beim nächsten Mal weiter. Jetzt meine ich auch dazu laden. Kann ich mal speichern. Ja, das war mal nur eine Dreierfolge. Aber ist dann halt so. nehm ich mal den so und bis denn ciao und um im 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020